Piu-Piu! Ich habe zwar mit Handsome noch nie wirklich gespielt, aber ich probiere es einfach mal, weil, äh, One-Shot-Headshot... Sehr schön. Oh, shit, da hüpft ja schon einer rum. Ja, ein unbedeutender Rückschlag, du sagst. Das Match hat gerade erst angefangen, nichts ist verloren. Oh. Ja! Ich brauche Heilung. Ja, nein! Du, du... Nein! Ja, dagegen hätte ich jetzt auch voll was machen können, absolut. Ähm, ich glaube, wir brauchen hier mehr Angriff von oben. Ich nehme aber wieder Farrah. Ich war ja mal Farrah Main und deswegen sollte das jetzt eigentlich schon ganz gut klappen. Denke ich. Zweifelig. Ich kann gut snipen. Also... Oha! Okay. Nein! Alter, dieser Medichlorianer, ne? Der weiß echt, was er tut. Ja, okay. Als... Als ob das jetzt kein Lack war. Ich bitte dich. Ich... Ich... Was soll? Bleib weg. Bleib weg mit deinem Scheiß. Ich sag's dir, bleib, ich hab gesagt, bleib weg mit deinem Scheiß Okay, okay Nein Ja man, perfekt, geil Die Fracht ist unterwegs Nein, 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 Farah Shut the fuck up Okay, helft, dass die Fracht vorankommt Ja, auch das ist richtig Ich möchte auch helfen, dass die Fracht vorankommt Ja, da kommst du nicht weg, hä? Scheiß Road Talk Was machst du jetzt? Ich bleib lieber Nein Vergiss es Ja, perfekt Wow Hat so viele Leute umgebracht Nice Ach, die stimmt, die kann sich ja ein Stück nach vorne teleportieren Fuck off, fuck off Okay, weg Ja, sehr schön Ja, da hat ein bisschen Kacke angefangen, aber im Endeffekt, geht doch klar Sehr schön, küsst mich zum Spieler Fuck off, fuck off, fuck off Jetzt gibt's die Abkühlung So, Moira, dich hole ich mir so Die Fracht nähert sich im Ziel Ich weiß So Hat man den nochmal weggeholt Und win Sehr schön Erste Runde verloren, zweite Runde win Da kann man ruhig mal Gigi in den Chat schreiben So, mein Lieben Freunde Das war's mit diesem Video Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da Abonniert diesen Kanal, um nichts zu verpassen Aktiviert die Glocke Dann verpasst ihr auch wirklich nichts Weil YouTube Abo Box Ihr wisst, wie das läuft Freut mich noch auf Twitter Da erfahrt ihr immer Neuigkeiten Um Videos Oder was zur Zeit bei mir so abgeht Auch ein paar lustige Tweets Und dann würde ich sagen Sehen wir uns dann einmal in den nächsten Videos wieder Bis dann Haut rein Bis dann